Hallo und herzlich willkommen zurück zu LS19, Landwirtschaft auf der Kante Niemebs 2.0. Weil letztes Mal hatten wir ja hier den Schnee weggeräumt und schnell was in die BGA war zu reinfüttern. Ich muss doch bald hier was herfahren. Aber ich glaube ich kann die Solage an sich hier nicht reinkippen. Ich muss mal gucken. Wie gesagt wenn wir jetzt die BGA füttern, dann können wir den Cereon nehmen. Und dann mal den Hof oben. Ein bisschen Schnee wegräumen. Ich habe jetzt auch mal geguckt. Um das Schiebeschild zu lenken mit dem Joystick. Hat ein bisschen gedauert. Ich habe irgendwie immer Kramfunktionen oder sowas gesucht. Aber jetzt sind die Unterlinke. Eigentlich logisch. Hat ein bisschen gedauert. Mal hier was rein. Zwei. Sechzehn. Wie gesagt das meiste kann ich nicht benutzen an der Solage. Mal gucken, ob ich irgendwie... Da habe ich hier ein bisschen was rein. Gülle oder Gärreste haben wir auch schon ganz gut. Fast 300.000. Wie gesagt, wir brauchen noch 1, 2, 3, 6, 7, 800.000 Liter. Die grünsten Metten. Ein paar Gärreste ausbringen. Ja. 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 Dann kommen wir noch eine schnell rein. Wie gesagt, die BGA bringt so 40.000 km pro Tag. Dann mit den Speichern und den Aufdecken. Wenn es das Problem gab, haben wir eben nicht ganz so viel. Aber gut, oben am Kuhhof. Wie gesagt, jetzt kann ich das hier alles schön über den Joystick steuern. Ich habe noch mal die an. Ich habe noch mal die an. So. So. Dann fällt der Schnee da nicht raus. Ach Regen. In der Grundstück, das gehört mir bestimmt nicht. Deswegen. Jetzt kann ich das da auch nicht wegräumen, weil mir das Grundstück nicht gehört ist. Ist ja toll. Dann darf ich mal von hier ran fahren. So. 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 als ein bisschen erkennt. Ich habe gesagt Schneeschi bestimmt hat wenigstens eine Schwimmstellung. So. Stimmt hier ist ja die Waage glaube ich. So. 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 Hier vorne den Silus. Ein bisschen frei. Und das hier könnte man ruhig. So. Hier wird man also rüberschieben. So. 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 Schauen wir einfach gerade aus, das hat er denn schon gemacht. So, nicht so weit. So, nicht so weit. So, nicht so weit. Okay. Ich weiß nicht ob das hier weg geht. So, nicht so weit. So, nicht so weit. So, nicht so weit. So weit ist angebracht. Schneeschiebeschild. So, nicht so weit. So weit ist es. 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 Also es geht mit einem Silageschild, aber... Also es geht mit einem Silageschild, aber es geht mit einem Silageschild. Also geht es mit einem Silageschild. Also geht es mit einem Silageschild. Oh, stimmt der der Zwilling? Ja wie gesagt, ich werde mir den Silageschild holen. Ich glaube, das wird besser. Gerade hier für die Straße. Für die Höfe kann man ja immer nochmal hier das benutzen. So... Genau, dann werden wir immer Einträger mit dem Schiebeschild ausstatten. Dann können wir hier mal schön den Hof freiräumen. In diesem Sinne sage ich recht herzlichen Dank fürs Zusehen. Ich hoffe es hat euch ein wenig gefallen. Und ich freue mich natürlich, wenn ihr beim nächsten Mal wieder vorbeischaut. Und mach's gut. Tschüss. Tschüss. Tschüss.